Willkommen zu den Brit Awards 2014. In London gingen die Brit Awards 2014 an. One Direction, Prinz, Lord und David Bowie. Der blieb allerdings zu Hause in New York und ließ die Trophäe von Kate Moss entgegennehmen. Passend gekleidet wie David Bowie, alter Ego, Ziggy Stardust. Aber selbst die größten Stars der Nacht wurden zu Fans und posteten auf Instagram Fotos mit ihren Lieblingsstars. Schauspieler James Corden machte direkt auf der Bühne ein Bild von sich und Prinz. Später postete er noch eins mit Kylie Minogue. Auch Kate Moss wurde beim selbst inszenierten Fotoshooting erwischt mit Nicole Scherzinger. Rosie Huntington-Whiteley, die One Direction, den Award verlieh, machte einen Schnappschuss von sich und Sängerin Rita Ora. Auch die Jungs von One Direction nutzten die Gelegenheit und präsentierten ein Foto ihres Rebellen, Louis Tomlinson. Tee trinkend. Scheint bei den britischen Stars ist alles in bester Ordnung. Bis zum nächsten Jahr.